Juhu! Ich will wer da! Juhu! Ich liebe diese Kiste! Juhu! Bams! Aber was soll's, machen wir hier ein nach dem anderen Platz. BAM! Und weg ist er! Ein lausiger Punkt! Ich bin zutiefst erschüttert! Drecks-Timing von mir! Haha! Hol doch, ey! Das machst du nicht noch einmal! Bams! Da geht der zweite Fluch! BAM! Haha! Alter, schon mal mit dem Vorschlag haben wir einen Scheitel gezogen, mein kleiner knuffiger, drolliger Freund! Bams! Was? Das ist ja nicht anders genau! So! Ach, der Anti-Guy! Das waren Zeiten noch mit dir, damals in der Schule! Als wir Verstecken gespielt haben und uns gegenseitig verprügelt haben! Ach, das werde ich nicht vergessen! Waaah! Ah! Das kommt, weil er so lahmarschig ist! Du bist als erstes flöken! Wahahhaha Hmhm! Waha! Wie sehr sich doch dieser Kampf- dieser, äh, Verstärmung der Orden bezahlt macht ne! Das sind gut investierte sechs Ordenpunkte! Fuck! Und weg ist er gleich. Er steht schon mit eineinhalb Füßen im Grab. Auch wenn er so süß aussieht, muss ich ihn töten. Hey, und die gibt zwei, das ist schön. Nanana. Oh, Schaukelpferdchen. Ah, Schaukelpferdchen. Ich bin auf Schaukelpferdchen. Schaukel, Schaukel, Schaukel. Leck mich. Oh, eine Münze. Ich denke immer, man kann durch so ein Fenster springen. Ich bin so ziehtgefährdet. Hey, der dreht sich gar nicht. Ah, ich hab den Ohren gar nicht weggemacht, ne? Ach ja, der Ohren ist weg. Stimmt. Ja, das ist halt so... Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Frischeste. Und weil man dann schon wieder ein paar Tage nicht gezockt hat, vergisst man gerne seine Kleinigkeiten. Naja, ist gut ein Schlimmeres, ne? Zum Beispiel sowas falsch zu blocken. Aber ich habe es geschafft. Der ist jetzt gleich auch geschafft. Wow. Langsam kriege ich auch das Timing endlich so hin, wie es mein damaliger Skill an den Tag gebracht hat. Ich bin schon auf mich selber richtig stolz im Moment. Ich kann es langsam wieder. Hey, sammle doch die Blume ein. Es wird nichts vergeudet, außer es ist Schrott. Oh, Backmischung. Gib mir die Backmischung. Stirb! Mit der Backmischung verpasst du dir ein paar wunderschöne Betonschuhe. Und dann schläfst du bei den Fischern. Kapitän? Man, wie hat ein schlechter Gag den nächsten, ey. Ich bin wieder auf Frucht. Ich bin wieder auf die Herstelle. D-d-d-d-d-d-dö-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Creech! Creech! BAMS! Jeder Sternpunkt ist ein wichtiger Sternpunkt auf dem Weg zur Perfektion. Yeah, back mir schon. Oh, Schaukelpferdchen, Schaukelpferdchen. Zwei sogar, zwei Schaukelpferdchen. Oh, ich will mit dir schaukeln. Ich möchte mal einen fetten, beharten, knappen Arsch auf dich drauf schwingen. Und da soll ich dich schon zugrunde reiten. Zwei, drei, drei. Was? Alter! Mann, Spielverderber. Wahu! Los vom Bett, setz Body Slam ein. Bäääää, das war sehr effektiv. Er geht zu Boden. Der Sandgriff war nicht sehr effektiv. Ach, komm. Wir haben's ja. Jetzt kann aber auch mal ruhig ein paar stärkere Scheibe kommen, also ich fühle mich ein bisschen unterfordert, dass ich so ehrlich sein darf. Nein! Oh, dumm, 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 dumm! Oh, bravissimo! Was haben wir denn noch so an? Scheiße! Zeig! Da haben wir dich! Dann müssen wir wieder ein bisschen Platz haben, verschwenden wir dieses Luschi-Bear-Item und kriegen ein bisschen rückerstattet. Bäm's! Wir haben's! Ja! Warten-Slashy! Mareloff wieder auf Höchstvorlauf! Haha! Wenden wir niemals den Rücken zu, dein bestes Bräum! Pssst! Ah, so viel Rückerstattung! Wir können uns vor Geld kaum rennen! Schon fallen weiße Florten und die Glorten kriegen uns so hell! Hey! Der Erste geht durch Frostbollen zu Boden! Der Zweite geht dazu sammeln! Slamm! Mir ist gerade nichts, was ist eingefallen! Wir haben den Rechner! Was können wir denn hier noch großartig machen? Ich glaube nichts! Das war jetzt für die ganzen Sachen, die wir hier einkassieren können! Macht das irgendwie Sinn? Ich glaub nicht, ne? Haben wir schon fast gedacht! Mann! Ich will da rausspringen! Upsa! Ich hätte nicht so eine blöde Aufnahmepause einnehmen sollen! Jetzt weiß ich nicht mehr, was sich hier noch groß... Hier steht schon nichts! Da brauche ich gar nicht gucken! Lagerschlüssel? Ein Schlüssel, der den Lagerraum eines Ladens in Toad Town öffnet! Bring ihn in seinem Umspring-Sitzer zurück! Ach, guck mal an! Ach, scheiße! Da haben wir so viele Briefe! Da haben wir noch ein paar Spermien für die Gärtnerin! Ah, ich glaube ich weiß, wo das hinkommt! Ich glaube, das müssen wir sogar jetzt noch machen! Wenn mich meine leicht verschrobene Erinnerung nicht trügt! Mal eben schnell schauen! Ich glaube, der Orden-Shop war hier... Kacke! Ich will hier raus! Oh, jetzt wird zu früh! Jawoll! Ähm! 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 Ich gehe nicht ohne meine Erlaubnis in den Lagerraum! Wie? Hey! Du hast meine Lagerschlüssel zurückgebracht! Oh, ich danke dir vielmals! Du hast mein Geschäft gerettet! Weißt du was? Weißt du was? Bring dir einfach alles, was du brauchst aus meinem Lagerraum! Das ist nur ein kleines Dankeschön dafür, dass du meinen Lagerschlüssel wieder geschafft hast! Ich liebe dich! Ja! Warte mal! Upsa! Nein! Huah! Huah! Mann! Immer dieses zu schnelle Drücken! Die brauchen wir noch! Die... äh... Fah, wir können wir einfach mal? Nein! Jetzt möchte ich was einlagern! Nämlich die Backmischung! Jo! Und die Backmischung! Nope! Jetzt plündere ich dann Lager! Mist! Das hätte ich nicht machen sollen! Wahoo! Jetzt verkaufe ich den Wollpilz! Jo! Und das Schwirrwarr! Nope! Und tschüss! Mann! Ey! Meine Erinnerungen tun mich doch nicht so, wie ich es immer so gewohnt bin! Jetzt bringen wir eben noch die Spermien zu dem Garten! Juhu! Jaja! Das kennen wir schon alles! Renn doch nicht weg! Ich hab noch mehr für dich! Der vorletzte Samen ist auch noch für dich! Sechs Samen für den Garten! Waren es nicht? Ne, es waren... Es ist echt sechs! Ne, vier! Vier! Stimmt! Vier! Eins! Zwei! Drei! Und hier kommt der vierte hin! Genau! Und das Spiel zur Kiste gibt's keine und in der fünften Welt kriegen wir noch den letzten Klass gut! Alles nur, weil wir einen Pflanzenfreund sind und wollen, dass es dem Blümchen gut geht! Denn ein Kleppner von Welt hat natürlich einen grünen Daumen! Keinen braunen Daumen von der Scheiße in der Kanalisation! Nein! Er hat den grünen Daumen! Das war schon voll und das versteht! Bin wir da! Hier in die Spielzeugbahn! Du wirst verstehen, dass wir nicht mit einer so winzigen Spielzeugeisenbahn durch die Gegend reisen können! Das wäre ganz und gar unmöglich! Ich wechsle wieder in die Spielzeugtour zurück, aus der du sie genommen hast! Ah! Hahaha! Hihihi! Stimmt ja! Bämms! Hab ich ganz vergessen! So geht das ja! Boah! 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 Bitte benutze die Schalter vor jeder Haltestelle, um die Fahrtrichtung des Zuges zu bestimmen. Wenn du dich für eine Richtung entschieden hast, sprich einfach nochmal mit mir. Alles einsteigen. Hab ich doch eben. Alter. Ey, ich hab das doch jetzt schon... Ja, ja. Wie oft soll ich das eigentlich drücken, ey? Ach, dieses Spiel ist zwar easy. Nächste Haltestelle, Pinker Bahnhof, Pinker Bahnhof. Diese tolle Musik. Dankeschön. Ankunft Pinker Bahnhof, Willkommen am Pinker Bahnhof. Das heißt, die Deutsch-Bahn-Muss-Wir-Mann-Jahr-Malsagen, ne? Oh, ist da drin? Ich wollte... Äh... Du bist hier. Schnabel-Tier. Wer es kennen, soll beschein... Ah, ich sage jetzt, scheiße! Dafür muss sein Kumpel leiden! Was? Das ist nur eins! Verrecke! Na, Hammer? Ey! Boah! Du miese Sau! Du Ratte! Du Arschkramper, ey! Ich hau dir das Kneiste... Das Kneiste-Auge aus drüber! Pissvogel! Pissvogel! Ah, wenigstens habe ich mal Hammer! Arschloch! Ha, der Gourmet-Guy! Ah, geil! Ist wieder nichts! Oh, du nimmst mich den Gourmet-Guy! Ich weiß nicht wieso! Ich bin mal gewöhnlicher Scheu-Genein, der du folgst für gutes Essen! Huuuuh! Ich bin ruhig! Oh, ich glaube, der will was Bestimmtes zu fressen haben! Ich mache jetzt mal nichts! Ich glaube wirklich, der will was Bestimmtes haben! Ich glaube, für den müssen wir die Backmischung kochen! Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, können wir in den ersten Bahnhof, wenn wir links rumgehen, die ganze Schei-Geis mit Items, da können wir mal die Backmischung klauen von den Schei-Geis und wenn wir die Backmischung... Oh, nein! Wenn wir die Backmischung kochen, kriegen wir einen Kuchen und den möchte ich, glaube ich, haben, der frisst, glaube ich, nur süßes Zeugen! Und dann, wenn ich mich richtig erinnere! Oh, Mensch! Rückerstattung! Aber wir müssen jetzt ein bisschen mehr Geld, die kriegen auch nicht der Match! Schon voll weiße Glocken und die Glocken kriegen so hell! Schei-Geis, weil ich mich einfach so einfriere! Das wäre geil! Was machst du da? Oh! Stimmt, der fliegt! Ich dachte schon, ich kann ihn immer noch nicht einsetzen! Aber das wäre totaler Blödsinn! Verrecke! Wir gehen hier einfach immer deine Freunde halten und dann mache ich mir einfach selber! Arschgeburt! Jawoll! Boah! Num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num-num! Ah! Stampen! Wahoo! Nein! Mann! Verdammtes Timing! Jetzt hab ich aber die Faxen Dicke hier! Hamada, 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 Hamada! Hamada, 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 Hamada! Hamada, Hamada, Hamada! Den Alpen hab ich ganz vergessen, ey. Das ist übrigens mein Lieblingshoher-Stern, weil da immer 7 damage reinhaut. Das ist übrigens mein Lieblingshoher.